Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchten wir über die Supply & Demand Zones sprechen. Was Supply & Demand Zones sind, wie du diese erkennst und wie du diese für dein Trading anwendest, erkläre ich dir alles Schritt für Schritt in diesem Video. Nochmal als Erinnerung, letzte Woche haben wir über Support & Resistance gesprochen, heute über Supply & Demand. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was da der Unterschied ist. Ganz einfach, auch Supply & Demand Zones sind Widerstands- und Unterstützungszonen. Allerdings sind Supply & Demand Zones Zonen mit einem großen Ungleichgewicht. Das heißt, entweder die Käuferseite oder die Verkäuferseite überwiegt. Wie macht sich das Ganze bemerkbar? Natürlich in großen, langen und starken Kerzen. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Der erste Schritt ist, sich ein Chart, ein Paar vorzunehmen und dann einfach mal visuell zu schauen, welche Kerzen hervorstechen. Und das haben wir zum Beispiel mit dieser Kerze hier. Aber auch die Kerze sticht hervor. Letztendlich haben wir hier einen starken Abverkauf. Und das ist jetzt erstmal so das Erste, was mir auffällt. Hier unten natürlich auch noch. Und dementsprechend haben wir erstmal visuell herausgefiltert, wo tendenziell Supply & Demand Zones liegen könnten. Dabei sind Supply Zones, also die Angebotszonen, ähnlich den Widerstandszonen und die Demand Zones, also die Nachfragezonen, ähnlich den Unterstützungen. Wir haben das Ganze also jetzt ausgemacht. Das ist schon mal Schritt 1. Schritt 2 ist jetzt, wie wir das Ganze einzeichnen. Dafür gibt es klare Regeln. Die Regeln kannst du natürlich für dich optimieren, falls du meinst, es passt für dich so besser. Aber du solltest dafür ganz, ganz klare Regeln haben. Wir haben verschiedene Möglichkeiten der Supply & Demand Zones. Zum einen gibt es natürlich das klassische Hoch. Dann wäre unsere Supply Zone hier unten. Das klassische Tief. Dann hätten wir hier unten eine Demand Zone. Dann gibt es noch den Fall, dass wir in einem Aufwärtsimpuls eine Demand Zone haben an dieser Stelle. Und natürlich den gegenteiligen Fall, dass wir hier eine Supply Zone haben. Das habe ich dir einmal beschriftet. Und diese einzelnen Supply & Demand Zones haben jetzt auch Namen. Und zwar haben wir zum einen die Rallye Base Drop. Dann haben wir hier Drop Base Rally. Dann haben wir Rallye Base Rally. Und zum guten Schluss noch Drop Base Drop. Das sind also erstmal die vier Möglichkeiten für Supply & Demand. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. In diesem Fall haben wir hier unsere Supply Zone hier oben. Unsere Demand Zone hier unten. Hier unsere Demand Zone. Und hier unsere Supply Zone. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich einteilen. Wir fangen mal an mit dieser Zone hier. Und wir erkennen hier schon. Können wir auch immer mit Swings arbeiten. Wenn wir das Ganze einzeichnen. Dann haben wir hier eine Drop Base Drop Situation. Das heißt mit anderen Worten, diese Zone hier ist unsere Supply Zone. So können wir das aber jetzt erstmal nicht einzeichnen. Warum, erkläre ich dir sofort. Das ist also unsere Seitwärtsphase. Wir haben bei diesen zwei Formen, also Rallye Base Rallye und Drop Base Drop, immer eine Seitwärtsphase. Die haben wir jetzt hier definiert. Und hier nehmen wir uns erstmal den höchsten Punkt der Seitwärtsphase. Das wäre in diesem Fall auf dieser Höhe. Außerdem nehmen wir uns den tiefsten Schlusskurs der Seitwärtsphase. Und jetzt haben wir zwei Linien. Warum zeichnen wir das so ein? Wir suchen natürlich nach einem Ungleichgewicht. Und wir sehen schon, dass hier das Ungleichgewicht eher auf Seiten der Verkäufer ist. Und dementsprechend suchen wir in dieser Seitwärtsphase nach einer Zone, in der die Verkäufer stärker waren. Wir haben also hier unser Hoch gemacht, aber konnten nicht hier oben schließen. Das heißt, die Verkäufer haben den Preis nach unten gedrückt. Dementsprechend hat hier oben die Stärke der Verkäufer angefangen. Dann haben wir natürlich auch hier unten noch Wicks, die dann eher Stärke der Käufer. Dementsprechend gehören die nicht mehr zu unserer Zone. Sondern die Zone endet mit dem Schlusskurs, also da, wo die Verkäufer den Preis hingetrieben haben. Und dementsprechend ist das dann auch unsere Zone. Das ist also jetzt unsere Supply Zone. Und genau nach dem Prinzip zeichnen wir auch die Demand Zone ein. Eben nur in umgekehrter Reihenfolge. Die Zone haben wir also schon mal abgehakt. Wenn wir das Ganze jetzt einmal nach rechts verlängern, sehen wir, dass diese Zone in diesem Fall jetzt gehalten hat. Natürlich ist das nicht immer so. Das ist natürlich jetzt ein sehr gutes Beispiel. Aber wir sehen, dass die Zone eben gehalten hat. Was ist jetzt die Theorie dahinter? Warum funktioniert das alles? Die Theorie sagt, dass hier ein starker Abverkauf stattfindet. Nicht alle auf diesen Abverkauf aufspringen können. Und dementsprechend die erstbeste Möglichkeit hier dieser Rücksetzer ist. Des Weiteren gibt es noch die Theorie, dass der Abverkauf so schnell stattfindet, dass einfach nicht alle Orders abgeholt werden können und diese eben hier liegen bleiben. Und dementsprechend, sobald der Preis diese Zone nochmal berührt, diese Orders dann ausgeführt werden und der Preis ein weiteres Mal fällt. Das ist beides nur Theorieansätze. Ich weiß nicht, inwiefern diese Theorie stimmt. Was ich weiß ist, dass diese Supply and Demand Zones für mich sehr, sehr gut funktionieren und mir bei meinem Trading sehr gut geholfen haben. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, hier haben wir nochmal so einen Abverkauf und könnte das Ganze noch ein zweites Mal benutzen als Supply Zone. Das ist durchaus auch denkbar und auch umsetzbar. Ich für mich selber habe aber festgestellt, je öfters eine Zone als Supply Zone genutzt wird, desto schwächer fallen auch die Impulse nach unten aus. Das solltest du aber für dich einfach mal testen. Wir gehen also erstmal weiter und schauen uns an, was der Markt uns so hergibt. Und ich sehe hier schon, dass wir hier einen Abwärtsimpuls haben, einen sehr starken, eine starke Kerze. Hierzu zoome ich einmal ein bisschen ran. Also die Kerze schauen wir uns an und auch hier erstmal die Swings einzeichnen. Wir sehen, man könnte das Ganze auch als Drop Base Rally werten. Ich persönlich würde das Ganze aber eher als Rally Base Drop werten, weil der Rücksetzer einfach zu groß ist und das keine Seitwärtsphase ist. Also haben wir jetzt unsere zweite Möglichkeit für eine Supply Zone, die sogenannte Rally Base Drop. Was machen wir jetzt hier? Selbes Prinzip. Natürlich kann das Ganze jetzt auch nur aus zwei Kerzen hier oben bestehen. Das heißt, wir kommen hoch, haben hier die letzte grüne Kerze und danach kommt der Impuls nach unten. Aber auch hier gilt die Regel, erstmal das absolute Hoch zu markieren und dann den tiefsten Schlusskurs zu markieren. In dieser Seitwärtsphase wäre das jetzt diese rote Kerze. Zweite Linie kommt dann auf den tiefsten Schlusskurs. Das wäre jetzt diese Kerze hier. Dann können wir das Ganze als Zone markieren. Wir sehen einen Impuls nach unten. Und sehen schon, dass relativ schnell diese Zone wieder angelaufen wird. Und wir auch hier eine starke Reaktion auf diese Zone haben. Dementsprechend wurde diese Zone auch akzeptiert. Wir können das Ganze natürlich jetzt nochmal ein bisschen weiterführen hier. Und sehen, dass sich der Preis gerade in dieser Zone befindet. Die Frage ist jetzt, wurde das Ganze hiermit schon abgearbeitet? Oder dürfen wir hier nochmal einen Abwärtsimpuls erwarten? Hierzu meine Meinung. Wir wollen natürlich hier eine Reaktion sehen. Und eine Reaktion ist für mich zum Beispiel sowas hier. Wir spiken rein, schließen da runter. Oder in diesem Fall, wir haben eine Kerze hier rein. Und die nächste Kerze schließt unter der Zone. Das ist eine starke Reaktion für mich. Und wenn ich dann hier sowas sehe, das ist keine starke Reaktion für mich. Hier sehen wir zwar auch viele Spikes, aber in beide Richtungen. Dementsprechend ist der Markt eher unentschlossen. Und ich kann das Ganze erstmal nicht als Supply Zone nutzen. Wir können das Ganze natürlich als Widerstandszone sehen. Und dann dementsprechend hier schauen, wie der Preis reagiert. Als Supply Zone eignet sich das Ganze eher nicht mehr. Soviel zu den Supply and Demand Zones. Hier ist natürlich wichtig, dass du dich mit dem Ganzen beschäftigst. Einfach mal durch die Charts scrollst und dir das Ganze anschaust. Wie das Ganze funktioniert und ob die Regeln so für dich anwendbar sind. Oh, schon zu Ende? Du hast es bis vielen geschafft. Dann solltest du uns auf jeden Fall ein Abo daladen.